Musik So, guten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Im Namen von Schorin Information muss es mein Name, ich darf mich vorstellen. Ich werde Ihnen viel von Schorin zeigen, viel erzählen. Ja, wir werden zunächst fahren, auch so ein klein bisschen in die Umgebung. Dann werden wir um das Stadtzentrum herumfahren und zu Fuß gehen wir nachher durch das Zentrum des FR. Du, da heißt das Land schon gar nicht mehr, aber Sie wissen, welches ich meine. Ja, Tatra-Züge, Sie fahren quer durch Schorin, 18 Kilometer, die, die zu Arbeit brauchen. Und dann schon wieder und hier dieses Handelszentrum, Hotel Plaza. Hotels gibt es eine Menge, es sind eine Menge neuer Hotels entstanden, Pensionen, privat sind ein Baugebiet zu ziehen. Man kann es vielleicht gar nicht so richtig verstehen und sehen können, ne? Und jetzt noch mal dieses Verzreude-Hotel, wie gesagt, das Schild wird sicher bald verschwinden, ist ja insofern kein Hotel mehr. Ja, also so dicht ist es wirklich lange, lange nicht gewesen. Sonne, ihr Vater. Aber schon zu DDR-Zeiten gehen und gehen die Kinder dann auch in die großen Schulen zum großen durch. Das ist der Georg Adolf Demmler. Ja, Demmler, der Schüler Schimpf, der sehr viel bewirkt hat hier im vorigen Jahrhundert. Das Regierungsgebäude stammt von Demmler. Sie bieten sehr oft Blundfragen an, jetzt natürlich ein bisschen weniger als im Sommer. Einstündige, anderthalbestündige, zweistündige. Wie nutzen Sie das? Ja. Ja, ja, ja. Ich brauche nicht, hat man im Pladeutschen gesagt. Ja, ursprünglich der Staud als Niedertum. Das stammt von Küken und er vertonte auch sehr oft Heinefrasse. Sind die Besitzfragen geklärt, ist es von ZDF gebracht worden. ZDF heißt es aber mehr aufeinander als in der Stadt. Und mit diesem ganz wenigen Geld. Und das eine Haus ist saniert worden, ist ein normales Bürohaus geworden. Bei dem anderen Gebäude stehen die Tannen noch her. Sie kennen die Tannen von der Klammauer her, auch in irgendeiner Weide was hier. Die deutsche Bühne, die Vionsleuterbühne bringt auch gemacht durch die Bühne. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Ja. 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 Ja.